Es wird auf jeden Fall keine keine einfache Partie. Wie wir wissen, ist Saarbrücken ein guter Gegner, sehr kompakter Gegner. Aber ich denke, wir sind auch gut drauf und wir werden auf jeden Fall unser unser bestes Game zu Hause. Auf jeden Fall schon. Ja, ich habe Vertrauen in unsere Mannschaft, dass wir das gut machen, ein gutes Spiel liefern werden. Natürlich wird es nicht einfach sein, aber jeder hat Bock auf das Spiel. Es ist ein geiles Spiel und jeder wird Gas geben. Nein, hat er nicht. Wir haben ja Videoanalyse. Wir werden uns ordentlich auf den Gegner vorbereiten und schauen, was auf uns zukommen wird. Ja, also die Belastungssteuerung wird schon dementsprechend hoch oder runter gefahren, je nachdem, wie es ist. Die, die natürlich mehr gespielt haben, die machen dann halt ein bisschen mehr Regenerationen, als wie die, die nur von der Bank gekommen sind. Also es ist auf jeden Fall gut gesteuert. Es ist immer gut, gute Fans hinter sich zu haben und das pusht einen natürlich auch in so einem Spiel. Wir würden uns natürlich freuen, wenn so viele Fans wie möglich ins Stadion kommen, uns pushen, uns anfeuern und dann werden wir natürlich unser Bestes geben, um den Sieg einzufahren. Vielen Dank.